Hallo und herzlich willkommen zu einer überraschenden Doppelfolge am Sonntag. Ja, ich wollte zwischen den Folgen, zwischen den Aufnahmen irgendwann mal fischen gehen und habe, während ich für das andere Projekt aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, ach komm, das können wir doch wirklich gemeinsam auch gut machen. So, na dann. Und dann, bam, super, wunderbar. So, der kommt da her, der kommt da her, der kommt da her, herrlich. So, bedeutet, wir können, Moment, wir können wunderbar gemeinsam fischen und alle anderen Dinge auch gleich machen. So, ich lege das mal da oben rein, so. So, und ein paar andere Dinge auch gleich. Also, wenn wir schon dabei sind. So, wie spät haben wir es denn? Oh, bald ist Abend, bald ist Abend. So, super. Ah, schön. Ja, da wollte ich eigentlich fischen gehen, aber vorher. Ja, Batteriestand ist niedrig, das ist nicht gut. So. Könnte man eigentlich noch schauen. Haben wir heute schon Expedition gestartet? Ich bin total gespannt. Ich kann mich nicht erinnern, war das heute? War das nicht heute? Ein Tag ist wie der andere. Ach so, heute so. Freizeitpark. Machen wir mal den. Oh, eine Mikrowelle. Plündere um die Spiele halten. Okay. Was auch immer das ist, wir wollen es haben. So, gefunden. Eine Kristallkugel. Okay. Eine Spielehalle. Nö, da will ich eigentlich nicht hin. So. Was haben wir denn da? Boah. Der U-Bahneng. Oh, das kostet zwei Energie. Wow. Okay. Wow. Cool. Die Rollteile befüllen nur in nasse Tiefen. Allerlei sperriger Schrott versperrt die Eingänge in die Geschäfte. Yeah. Super. So. War da noch? Nö, das will ich nicht. Das will ich nicht. So. Super. So. Und Zarek. Wunderbar. Gelungen. So. Dann haben wir gleich ein bisschen Zeug abgeholt. Mikrowelle wäre auch fein gewesen. Aber boah. Ist so. Ah, schön. So. Dann werden wir jetzt über Nacht versuchen. Oder irgendwas? Nö. Über Nacht versuchen. so ein paar Dinge. Ah, Kaffee. Ähm. so ein paar Dinge aufzuwerten. Ah, so schön. Da wäre noch eine Hellbär gewesen. Hellbär. So. Da. Da oben wir das mal da. So. Schauen wir mal. Konstruktion verbessern. Die perfekte Werkbank. Ah. Wir werden schauen, ob wir das, ah, ob wir das schon haben können. So. Das kommt, das kommt auf jeden Fall mal drüben rein. In den anderen. Das kommt auch in den anderen. Das haben wir da. Die Kristallkugel kann man eigentlich da hergeben. Keine Ahnung, wozu wir die brauchen. Das wird sich ergeben. So. Da können wir die, die da reingeben. Eigentlich so viele brauchen wir gar nicht. So. So. Nahrung. Ja. Ja. So passt. So. Und da kommt natürlich das und das rein. Und war. Okay. Oh ja. So. Läuft. So. Wasserkübel brauchen wir natürlich. Wo steht denn jetzt die Kiste mit dem Fischerzeug? Hm. Da ist er. Hm. Oh, 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 oh. Sehr schön. Super. So, den Kübel, dann gießen wir mal die Blümchen. So, und einer noch. So, den Rest gießen wir da rein. Wunderbar, den Kübel können wir wieder wegräumen. So, hier. Einiges zum Fischen. Chemikalien, den hier haben wir auch. So, kümmern wir uns mal um die Aufwertung der Workbench. Davon brauchen wir mehr. Ich glaube, das machen wir aus Plastik. Wir brauchen noch Schaumstoff. Dann lassen wir uns einen fertigen. Einen oder zwei. So, Schaumstoff, jawohl. Ja, weiß ich nicht, wie viel... Ach komm, warum nicht? Jupp. So. Äh, es sind ja nur zehn. Super. So. Da. Boah, da brauchen wir schon noch viel. Plexiglasspeicher. Mieten haben wir. Ja, das brauchen wir. Das brauchen wir definitiv. So, wir brauchen ein bisschen Stromkabel. Eins, zwei, drei und vier. Das ist gut. Jetzt haben wir sieben davon. So, davon brauchen wir noch zwei. Und Batterien haben wir genug mehr als genug. Super. Ach so, ja. Sorry. Super. Dann schauen wir mal, ob wir das hier verbessern. Aufwerten. Wahnsinn. Das ist echt viel. So, wir schauen mal. Wir brauchen Glühbirnchen. Wir brauchen diese da. Wir brauchen das da. Chemikalien. Nur die da. Wow, das sieht aber gleich cool aus. Oh, da passt auch gleich viel mehr rein. Super. Ja, alternatives Brennstoffmodul. Ja, fortgeschrittener Bio. Kann viele Konstruktionen mit Elektrizität versorgen. Keine ganze Stadt. Aber wenigstens überdauert er doppelt so lang. Sehr fein. Ja, finde ich gut. So. Dann räumen wir mal wieder weg. Und das brauche ich da ein. So. Jetzt schauen wir gleich, was wir hier noch für Module machen könnten. So, Module. Drohnenmodul. Mega-Batterie. Wäre auch interessant. Mini-Roboter-Konstrukteur. Transportfläche. Ja. Alternatives Brennstoffmodul. Das wäre schön, aber da brauchen wir auch mehr von ihm hier. Konstruktion verbessern. Da verbessert er Antenne. Größere Reichweite. Gewährt Zugang zu neuen Technologien. Beide verfügbar. Gut. 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 Dann mal runter mit uns. Wie cool das alles schon ist. Wirklich schon schön geworden. So. Hier haben wir ihn hier. Das kommt da rein. Das kommt da rein. So. Schön. Ja. Ja. so das kommt hierher das kommt hierher wir schauen jetzt noch mal schnell brot wollten wir auch noch machen einfach weiß praktisch war und ging so den mieten haben wir werden wir dann beiden machen so hier haben wir auch muscheln ich dachte das haben wir noch offen okay kann man später marmelade machen oder so so nein da haben wir ja gar nichts mehr offen ja 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 so dass das das passt so das kommt da rein das kommt da rein da haben wir gar keinen platz dafür vielleicht sollten wir das aufwerten wir brauchen einmal in einmal in und einmal in so jetzt haben wir gleich wieder platz können weil ich auch noch verbessern zwei schauen nein das lassen lassen wir uns im moment mal alles später noch machen dass das da rein das ist zum fischen hier haben wir den 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 ja das römmer nachher weg plastikflaschen genau das war das thema plastikflaschen kann mich erinnern so verbesserungen ja mit haben wir dabei haben und die hochwertige angel keine ahnung wo die ist am dach ja klar so dann gehen wir da mal runter schauen wir mal wo wir da noch hinkönnen wir können die dinge nämlich jetzt auch schon zerlegen super das ist echt toll sehr cool sehr cool sehr cool Coming soon. Yeah. So, dann haben wir das hier. Und das hier. So. Super. So, ein bisschen hier, ein bisschen da. So, wunderbar. Wunderbar. Das machen wir auch gleich weg, wenn wir schon da sind. Heute ist Sonntag, Doppelfolge. Da können wir natürlich einiges machen hier. So, das Gerät hier wollte ich auch schon immer mal weg tun. Wunderbar. So, Reparatur beginnen. Natürlich, ein Brunnen. Oh, cool. Das ist ja cool. So. Wir schauen mal. Wir brauchen ein Brettchen. So, Brettchen. Das packen wir da gleich rein. So, dann brauchen wir ein Blech. Zwei Blech. Wir haben jetzt zwei genommen. Eigentlich brauchen wir nur eins. So. Dann brauchen wir noch einmal Holz. Und diese Handpumpenteildingen. So. Sechs mal Röhrchen. Ja. Das ist jetzt nicht so. Sehr cool. So. Sechs Röhrchen und die Handpumpe. So. Da schauen wir gleich da rein. So. Röhrchen und die Handpumpe. Die haben wir da. So. Bin ich gespannt. Da wäre auch so ein Brunnen. Markierungsteil. Bam. Bam. Ach, cool. So. Super. So. Und jetzt schauen wir da auch gleich. Wollte ich eigentlich gar nicht heute alles machen. Aber schön. Warum nicht? Es ist Sonntag. Da können wir das machen. So. Reparatur beginnen. Yeah. So. Ein Brettchen. Machen wir mal das Blech. Yeah. Zwei Brettchen. Einmal. Zweimal. Einmal. So. Dann. Sechs. Ach so. Die können wir ja gleich reingeben. Die da. So. Dann brauchen wir noch eine Handpumpe. Legen wir das alles mal nach oben. So. So. Machen wir einen kleinen Ausflug. Bald kommt der Nietenhammer. Meine lieben. Bald kommt der Nietenhammer. Oh. Wir brauchen Geld. Natürlich. Geld. Näh. So. Wir haben den hier. Rein da. So. 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 Und jetzt schauen wir mal bei Agatha, ob wir vielleicht noch so ein Handpumpenteil finden. Das wäre nämlich echt schön. Und eigentlich wollten wir fischen. So. Wir haben hier. Nö. Da ist niemand. Hier ist Agatha. So. Ja. Hallo Agatha. Genau das wollte ich kaufen. Will ich noch eins kaufen? Eigentlich will ich noch eins kaufen. Super. Sehr schön. Bam. Schauen wir mal, wer es da zum Einkaufen gibt. Schön, dich kennenzulernen. Ach. Prospero wird der, 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 der sehr dankbar sein. Okay. Hilf Prospero. Ja. Will ich. Extremig giftig. Eine Kristallkugel, ein Mikrochip und eine Batterie. Gut. Eine Kristallkugel, eine Kristallkugel, ein Mikrochip und eine Batterie. Okay. Okay. Ja. Komm. Ja. Sehr gut. So, eine Kristallkugel, ein Mikrochip und eine Batterie. Wir haben zwei so Pumpenteile, das ist toll. So, eine Kristallkugel. Bam. Ein Mikrochip. Ja. Und eine Batterie. Ja. Super. Wir gehen gleich wieder hin. Dann retten wir mal Prospero. Ah, schön. Da haben wir heute wirklich viel geschafft in der Doppelfolge. Freut mich, freut mich, freut mich, freut mich. So, auf zu Prospero. Bin ich gespannt, was er uns sagt. Der Gute. Ich habe die Kristallkugel. Ohne die habe ich mich nur wie ein halber Zauberer gefühlt. Aber das ist jetzt vorbei. Wunderbar. Ich habe den Mikrochip. Danke. Bauen wir ihn ein. Wunderbar. Ich habe die Batterie. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich ewig leben. Wie ein echter Zauberer. Warte. Also, nicht, dass ich nicht sowieso... Echter. Ja, klar. Socken in den Bäumen. Oder war das nur ein Blatt? Ja, klar. Super. Bring Prospero aufs Dach. Das ist schön. Wir haben einen neuen... Einen neuen Roboter. Ein neues Gerät. Ja, und so ein wahrsage Gerät ist eine coole Sache. Da kommt er. Der große Zauberer. Oh, der sieht aber auch cool aus. So. Nö, wir machen mal den hier. Okay, können wir gar nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, reden. Hm, ich spüre hier eine düstere Aura. Das gefällt mir gar nicht. Oh nein, meine liebe Freundin. Ich spreche nicht von deinem Wunderfreund zu Hause. Ich meinte, die Landeplattform. Könntest du mich an einen besseren Ort bringen? Und am liebsten einen, wo ich meine Karkas entfalten könnte? Ja, gerne. So, na dann machen wir mal. Hm. Wie transportiere ich das? Bewege? Wie bewege ich ihn? Ich stelle ihn da her. Am besten da zum Beispiel. Mini-Roboter. Ja, wir haben zwei. Schon klar, soweit. Born. Charaktere. Prospero. Es ist Prospero. Yeah. Boah, die Brücke. Scheitere das Baumodul. Gebackene Pilze. Kehre zu. Okay. Okay. So, meine Lieben. Das war es aber, glaube ich, für die heutige Folge. Moment, wir schauen noch mal kurz hierher. Bäm. Ist das cool. Da machen wir gleich mal frei. Und hier. Und hier. Super, oder? So, verbessern. Kein Grund. Selbst dann zu. Und die Pumpe füllt die Wanne nämlich automatisch mit Wasser. Super. Super. So, meine Lieben. Wir schauen noch. Prospero haben wir gerettet. Da steht er. So, wir haben... Oh. Oh, ja. So, dann schauen wir mal. Wir nehmen die hier. Die kann weg. Kann weg, kann weg. So, das nehmen wir auch. Batterien nehmen wir auch ein paar mit. Konstruktion verbessern. Ja, bitte. Und Bäm. Jawoll. Oh, sieht das cool aus. Sieht das cool aus. Definitiv. So. Schauen wir mal da bei den Bauteilen. Ja. Den könnten wir auch schon langsam mal machen. Hier, Verbrauchsgüter. Ja. Farbe. Entwürfe. Und jetzt können wir diesen ganzen... Oh, elektrisches Gartenbeet. Den hätte ich echt gern. Pass auf, den bauen wir gleich mal. So, was brauchen wir da? Tinte. Ach, Tinte haben wir ja. Und Papier war das. Papier, Papier. Ich nehme es mir. So. Hier. Beteilbare gerade. UV-Tun finde ich auch echt, echt super. So, wir fangen mal mit dem mal an. Ein Plexiglasspeicher. Mechanische Presse. Bohnenspeicher. Krypto. Bio-Generator. Ja. Ziertor. Zierecke. Jawoll. So. Da will ich ihn herstellen. So, zwei Röhrchen. Und ein Blech. So, wir nehmen wir das Blech hier raus. Bam. Und zwei Röhrchen. So. 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 Ach, schön. So, wir räumen mal. Ups. Wir räumen mal schnell weg. Alles, was wir jetzt nicht brauchen, kommt da rein. Das haben wir da. Wir haben den. Wir haben den. Das haben wir da. So, hier kommt das rein. Dann haben wir noch... Nö. Passt alles. Alles gut. Ah. So. Das haben wir da rein. So. Da haben wir den und den. Und jetzt können wir noch immer irgendwann fischen gehen. Meine Lieben, wir haben Prospero geholt. Das war gar nicht am Plan heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Morgen. 22.15 Uhr. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020